Hier sind wir über die wunderbaren Landverlureigenschaften, die wir über unglaublich sind, mit nichts durch den Städten, hier für diese schöne Kummelswolke, im Süden des Platzes sind wir sie, hier, ich bin jetzt, macht er doch nicht, ich will doch nicht haben. Wer den Rhein erkennt, weiß, dass das nicht so weitergeht, irgendwann gibt er mal richtig Gas. Die halbe Größe des Originals. Ja, wirklich schade, lieber Robert, für dich trotzdem, einen Applaus, immer wieder schön, dass du da bist, dein Modellbegriff, die Szene bereichert von deinen Erfahrungen und für die einzelne Kuhpläge. Okay, Sie hören das Wissen aus den Medien, so, jetzt probieren wir es. Wahrscheinlich auch das ganze Modell mit dieser Kuhpläge. Ja, das ist hier leidbeklagend für technische Probleme. Eigentlich sollte diese Maschine die neue Generation, wir haben das Verküden, trotzdem diese Maschine, die durch die Bulli ist, das Design und trotzdem einer gewissen Eleganz, dieser Abgiebstechnik mit den achtbremdlichen Propeller an Wellenleistungsverbühlen. Wir können das hier im Modell... Wir können das hier im Modell. So, da ist mein Wind, elektrisch angetrieben und trotzdem der Sound einer Referral-Surbine, also keiner Wellenleistungskurbine. Das ist schon richtig gut gemacht, gut umgesetzt. Und der Hannes Hemme hat im letzten Jahr eine riesige U52 hier an den Start gebracht. Er macht also auch immer eher die größeren Brocken. Und jetzt kommt die von links nach rechts. So wollen wir sie sehen und noch mal eine gute Luftwaffe sehen. Sie sind immer mit. Viele Luftwaffe-Freunde nicht mehr mit, aber hier in Oppenheim haben wir sie gesehen. Wir werden noch in Cottage laufen und redenbiauschen sehen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.